das hatte ich ja noch nie gegenseitig haben die sich gekillt das ist ja mal komplett geil leute und herzlichen willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es mal wieder ein video in murder mystery und zwar heute werden wir versuchen so lange zu zocken oder eher gesagt so lange zu spielen bis ich mörder werde so lange wird auch diese folge hier gehen mal schauen auf jeden fall wie lange diese folge gehen wird ich hoffe wir sitzen hier nicht eine stunde und ich hoffe auf jeden fall auch nicht dass wir jetzt gleich als erstes mörder werden aber wir werden es auf jeden fall sehen wer auf jeden fall bock hat auf mehr mörder mystery teile der kann auf jeden fall ein like da lassen vergesst auf jeden fall auch nicht zu abonnieren die glocke zu aktivieren das auf jeden fall auch ganz wichtig dann bekommt die benachrichtigung und ich hätte gesagt wir starten sofort gleich nach dem intro so wir können jetzt ein bisschen die map mal kurz wählen wenn ihr mir die factory mit irgendwie finde ich die geilste schreibt man die kommentare welche eure map die beste ist die am besten findet in ganz mörder mystery ich habe auf jeden fall auch vor dass wir uns hier mal die hefte kaufen und damals eine folge draus machen da hätte ich auf jeden fall bock drauf ich habe auf jeden fall momentan nur 3500 von diesen coins oder wie man das auch nennt 1 von diesen vier mächten hier können wir uns auf jeden fall kaufen da könnt ihr auf jeden fall mal gerne in die kommentare schreiben welche machten wir uns da kaufen sollen ich habe gerade für das messer gehört ich glaube er ist hier oben irgendwo müssen aufpassen ich will hier auf jeden fall als held noch rausgehen weil ich bin ja kein sheriff und kein mörder geworden ah ja der sheriff ist hier auf jeden fall auch in der nähe ich höre hier schießen ah ja ich habe den mörder auch schon gesehen da rennt der mörder und da der sheriff 1a sah ich hoffe die komme ich auf die idee hat der rennt mir da hinterher die kennen sich wahrscheinlich untereinander sonst würden die nicht team da hätte den schon längst abgeschossen als ob also hier ist auf jeden fall sheriff und hier ist nicht der mörder hier ist der mörder alles klar die haben wir erst mal ein picknick gemacht aber sind dann gleich gestorben ja ich kann mir vorstellen die wollen am ende in 111 machen da oben kämpft auf jeden fall noch eine person das auf jeden fall auch ganz gut glaubt ihr leute die team ich glaube schon aber man kann es nicht hundertprozentig sagen ich glaube schon dass die team da jetzt schließen sich gegenseitig ab es kann auch sein dass sie nicht team es ist auf jeden fall spannend glaubt ihr leute ist sie ja sie hat gewonnen hat er jetzt ernsthaft gedacht er kriegt sie so mit dem messer der blöge schon ein vorteil wenn sie die waffe hat aber sie war auch nur hält also sheriff war sie auch nicht dachte sie verschafft gewesen naja alles sie wenigstens zählt rausgegangen bin mal gespannt ob ich nächste und der sheriff oder ob ich mörder werde ich hoffe ich werde kein mörder weil ich will die folge noch ein bisschen länger haben weil das wäre ja blöd wenn ich jetzt gleich in der zweiten runde mörder gewesen wäre oder jetzt werde mal schauen sheriff ist ja in ordnung wenn ich werde oder unschuldig aber mörder darf ich nicht werden leute die map wird geladen jetzt bin ich mal gespannt was ich werde und unschuldig schon wieder okay unschuldig ist immer gut dann kann man nämlich noch als held rausgehen alles klar ich wollte gerade sagen was wäre wenn der mörder afk wäre aber so weit bin ich nicht mehr gekommen ich schaue mal kurz hierzu alles klar schon der sieg sie ist hier wahrscheinlich sheriff gewesen ja gut gespielt auf jeden fall so erst mal nächste map wählen die runden geht schon ganz schön schnell rum alle gehen hier auch zu factory leute das ist ja meine lobby leute die leute denken alle gleich wie ich ja hier eine person die danach da drüben geht immer gespannt leute wir gehen jetzt wieder zu factory map ich hoffe ich werde nicht mörder und wieder unschuldig aber ich wäre beinahe mörder gewesen 6 prozent dass ich mörder gewesen wäre aber zum glück bin ich unschuldig geworden jetzt will ich aber mal hier als held rausgehen was dance sie denn da ich denke einfach mal mit ihr ich glaube sie hier schon oder mit der mörder war derjenige der mir gerade entgegen gekommen ist ach du heilige soll dieses mädchen was hier raus kam aus der kanalisation was ich glaube ich was jetzt um brennt das ding ja wie hier ist auch du heilige aber sie tötet mich irgendwie nicht das auch gut so wir nämlich noch hier als sheriff rausgehen als held und ich wüsste wie viele leute hier noch leben ich glaube nämlich nicht mehr so viele sie ist ja wahrscheinlich kein sheriff draußen sind die ihr sheriff gegen mörder was machen die die machen 1 wird das 1 ich hoffe die kommt nicht rein es ist knapp leute gerade so in letzter sekunde das war wirklich sehr knapp so ein held war es auch bloß nicht der sheriff okay aber sie war gut als mütterin muss ich echt sagen hat gut gespielt so wenn ihm die swimming pool map dies glaube ich die beste von allen drei wenn er nicht da drüben heute hier geht noch jemand mit mir hier drüben hin ja gut das gebe zu der anderen geil und von wieder unschuldig leute ich werde hier irgendwie nur noch unschuldig ich will hier auf jeden fall ist normal zelt rausgehen leute ist hier auf jeden fall sheriff den müssen wir auf jeden fall im auge behalten also ich darf nicht denken dass ich mörder bin ich will bloß hinterherlaufen sagt jetzt nicht ernsthaft sie hat mich abgeschossen ach du heilige ich wollte einfach nur hinterherlaufen falls sie getötet wird jetzt hat sie mich einfach abgeschossen weil sie gedacht hat ich will mörder auch kommen hier liegt aber die waffe also das war das geilste perfekt wahrscheinlich der mörder unten hier ist ein mörder wo ist der mörder da unten ist ja das mädchen des mörderin gewesen sie weiß auf jeden fall dass sie hier mörderin ist also das andere mädchen da drüben hier sie weiß dass die hier mörderin ist immer gespannt welt von den beiden gewinnt jetzt spannend ach du heilige es leben auf jeden fall auch noch ein paar leute hier insgesamt drei stück und gewonnen perfekt so leute ich bin ich mal gespannt ob ich jetzt nächste runde mörder werde es könnte wahrscheinlich sein weil es ist ja schon ungefähr schon die fünfte runde ich habe jetzt gar nicht mitgezählt aber ich glaube schon oder vierte müsste es sein und deswegen werde ich jetzt auch wahrscheinlich mörder hier immer schon auf die militärbase ist auch ganz geil da oben war übrigens gerade noch wolf gestanden hier leute steht noch ein wolf er sagt ja leute die wölfe sind hier ganz schön vertreten in dem game schon wieder unschuldig leute 23 prozent dass ich mörder werde dann selbst nächste runde so dass auf jeden fall jemand schon tot das heißt dass der mörder hier lang gelaufen ist wie könnte es sein ist aber nicht weil die auf karte herum steht wie steht hier ich dachte schon sie steht auch auf karte herum er könnte hier sein bin mir nicht ganz sicher und dass sie hier ich weiß nicht wer ist denn okay sie ist hier für immer sheriff ich würde das nicht machen dass ich die waffe rausholt weil es ja keine wissen dass ich scharf wenn es keine gute idee müssen ein bisschen bewegung bleiben dass uns der mörder nicht trifft da ist aber da ist aber ich habe 1a die haben sich gegenseitig gekillt als ob das hatte ich ja noch nie gegenseitig haben die sich gekillt was ist das ist ja mal komplett geil so hier wieder mit dem terrebase wer wusste ey leute hatte ihr schon mal so eine runde wo zwei leute mit diesem x da war also dass ich die gegenseitig gekillt haben das ist schon sehr krass jetzt also das hatte ich noch nie und ich werde sheriff ja ich bin sheriff geworden ich werde beim mörder werden da werde ich hoffentlich nächste runde mörder jetzt wird die aufnahme so fünf stunden lang weil ich nicht einmal mörder werde das wäre es ja irgendjemand hier muss ja mörder sein und da habe ich sie hat sich irgendwie aufgehangen gehabt irgendwie halt sie glaube ich einen kleinen internetbank ich weiß es aber nicht es war auf jeden Fall nicht so schwer die jetzt zu killen so jetzt bin ich mal gespannt welche maps hier zur auswahl gibt ja factory leute wir gehen noch alle factory nein 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 nicht dieses haus da wieder ne macht das nicht factory wir sind wahrscheinlich bei diesem haus da in diesem wohnzimmer und ich bin gespannt ob ich jetzt mörder werde ich bin einfach mörder geworden leute nach dieser runde endet einfach die folge oder gesagt das video einfach krass leute jetzt mache ich sie jetzt alle blatt ich bin mal gespannt ob ich die runde jetzt gewinnen leute das wäre doch das geilste was man je machen könnte die runde noch zu gewinnen glaubt ihr der sheriff hat mich schon gesehen ey leute das wird ja immer geiler so shit sie hat gewusst dass ich mörder bin naja sie hat gut gespielt na gut leute ich hätte gesagt das war's mit dem video geh mal weg hier die anzeige so perfekt wenn es euch gefallen hat lasst gerne noch mal nen like da vergesst nicht zu abonnieren wenn ihr mehr zu welcher teil sehen wollt und glocke aktivieren ganz wichtig und dann hätte ich gesagt wir sehen uns im nächsten video wieder oder im nächsten live stream ciao ciao Bis zum nächsten Mal.